Musik 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 Ja gerne Wollen wir mal den Baby zu versuchen mit den Beinen? Kannst du machen Es sind so viele andere dabei Wieso? Wo ist die andere Kühe? Mach eine kleine Kühe mit der Kühe Wir machen es am Zaun in der Ecke die andere Kühe Musik Das ist ja Wurzeln Musik 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 Kienl ist das St 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 irgendwie steht die Kurve auf dem Zaun okay die Kürtler fällt mir auf die Eltern gucken sogar nach dem Kopf so und so nur die können die kommen nicht rüber ja es aber nur so ausverlässig von Bakken Server ja gerne durch den schon so heute wird das schaden das wird auch das wäre auch praktisch nein wir machen nicht ein Zettel das ist voll aus dem ersten Nein, ich bin durch das Feld gerannt, glaube ich. Wir bräuchten jetzt Sitzplage wieder. Nee, das ist doch bescheuert, ey. Ja, setz dich mal so. Ja. Guck mir an den Tisch. Komm mal ein bisschen Babykühl essen. Ich sitz schon am Tisch, warte. Warte. Ja, warte ich nur den neuen Weg, den ich eben gemacht habe. Sieht jetzt aus, als du besitzen würde? Nein, du stehst auch. Warte, so. Das sieht voll auf aus. Zeig mal. Wie sieht das aus, wenn ich sitze? Der Bildschirm ist schon mal. Warte, geh mal kurz durch. Ich sitze und esse. Nein. Du sitzt nicht. Du musst immer noch aufmachen. Das ist immer noch. Nein, Bad. Oh Sven, dich schön wieder. Oh nein, wie heilig. Guck mal, guck mal, schnell. Oh, verdammt. Egal. Geh, du musst dir mal angucken, wie das aussieht, ey. Du bist so dumm, Junge, jetzt schlaf. Nicht auf mir, auf dem anderen Bett. Das ist schon wieder gleich die halbe Stunde vorbei, du hast da A gemacht. Ich weiß. Lass uns Tiere locken. Du das. Ich baue mal das Dach mitzweiter. Ich baue mal das Dach mitzweiter. Eigentlich ja auch. Aber mit dir macht es irgendwie mehr Spaß. Oh, Kian. Mit dir macht es mehr Spaß. Anzug bauen, aber so ein Boot zu stopfen, kommt was? Oh, die Wiese cool ist immer noch da. Die wird aber irgendwann groß sein. Aber sie ist immer noch da. Und dann müssen wir die Eltern schlafen, damit wir was zu essen haben. Damit das kleine Kind aggro wird. Wieso wird es aggro, wenn wir das seine Eltern annehmen? Wir nehmen sie mit ins Schlachthaus, das kleine Kind. Passiert ja nichts. Ah, das Schaf, das habe ich verloren. Was für ein Schaf? Ich hab'n Schlaf, Alter. Ich hab'n Schlaf. Ich hab'n Schlaf verloren. Das steht ja jetzt ganz ähnlich. Wer dann holt's? Ja. Na. Ein Baby ist Schaf. Armes Schaf. Komm. 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 Lass dich nicht. Aber ehrlich, was wir nochmal machen müssen, den Millionär-Mod will ich nochmal versuchen, auf dem Server zu machen. Den Millionär-Mod. Mit den NPCs und alles. Wo du dann die Quests und so alles machen musst. Ja. Müssen wir da mal draufziehen, dann müssen wir das mal in Let's Play zusammen. Ja. Wollte ja erst mal gucken, wie ich's drauf bekommen soll. Erstens. Hier wirklich. Was? Ich weiß. Wie ich auch sagen kann. Das sieht so geil. Ja, da baue ich jetzt hier erstmal ein Dach drauf. Ja. Ich italienisch drauf. Hey Babycou. Sehr lustig. Achso. Wie seien die beide Frauen am Team. Warum weiß er immer noch so ein Tee. Bob, der Meister. Das war nicht der Argument. Das hat sich direkt dahin geblieben. Geboten. Du hast keine Spackfehler. Wow! Was war das? Das war voll der Spack. Wenn du mit dem Lied ankommst. Nein, du willst nicht. Nein! Sag es nicht, es ist immer nicht klar. Das stimmt nicht. Aber hör öfters. Ja, Schafe sind scheiße. Das habe ich auch beim ersten Fall gemerkt. Das ist die irgendwie saulange gebrochen. Das Problem hat es mit dieser Verschrissen irgendwo auch. Ne, Kuh ging. Beschissen. Beschränkt. Ja, dann heißt es beschränkt. Nein. Eben sagst du selber noch Nein und alles und ins Hirn geschissen. Verliebt. Nein. Ja, was? Ja, du hast ihn einfach vorgestellt. Boah. Oh, ey, du stammst da doch schon drauf. Beschränktes Tier. Ja, wenn beschränkt. Ich hatte nicht vorhin geschissen. Ja, 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 du hast es getan. Ich habe noch ein Erdnestgittergon. Ich habe noch ein Erdnestgister. Ich habe eine Zusammenarbeit mit dem Tier. Bei der Erde. Ja, das ist ein Schäfchen. Nein, ich habe schon mal Duste. Du hast es noch nicht, wenn du Stimme grünst. Du hast den Pfeind. Du hast es wie ein Kuhren ausgelistet. Du hast dich das Schäfchen. Du hast es schon mal Duce. Du hast uns nur noch ein Schäfchen. Du kannst dich das Schäfchen. Du hast dich das Schäfchen mit anderen Händen. Du hast die Schäfchen. Du hast du auch gemacht. an und jetzt ein kleines Schäfchen die machen weil sie nicht müssen das dauert müssen die vierte finden abonnenten nicht das war so schon gelacht das ist aber auch so genial aus ich habe als erliebt dass wir sind wissen wo er hält sich als kür schrecklich nicht meine Schrecken die mit dem herrn jetzt so ist es es ist das klagen es gibt es gibt das das ist mir kann ja ja ich hab mich sehr und kleine Kinder und kleine Schafe schieren ein halber Weiler doch kann man das sieht voll geil aus und so angucken offensichtlich des hessischen die ich erwacht wurde da kien die nachvollen da hast du oeil kann nur und das ist was für die Sekunde die Sekunde das schafft das ist Monika du Arml ist lecker bei dir saug nicht so schön es ist einfach müssen nicht zu deiner Schwester 17 also ihr hier den 2 wird ja noch aufgeräumt zwanzig von ihr aber es wird noch aufgeräumt immer ein Schwein ach so ich muss mich entscheiden ob ich mein er dazwischen ob ich mein eigenes Zimmer jetzt behalte ähm oder weil das ganze Zimmer ist oder ich nehme einfach die Tatszimmer und den Keller 9 wenn er ein das ist jetzt nicht sie beide einfach nur nervlich ich hab schon wieder Standbild Was hast du gesagt, Sven? Wir sind beide was? Hä? Wir sind beide was, hast du gesagt? Hab ich was gesagt? Ja, mit diesem Bild etwas anderes. Ich hab schon wieder ein Standbild, hab ich gesagt. Ach so, ist ne halbe Stunde vorbei. Okay, dann ist die Aufnahme schon wieder mal beendet. Bis gleich.